große herz oder die kommt aus meiner stadt ist schon frankfurt ich mach dich zu einer kreuznacherin mann was für frankfurt bald bin ich berlinerin bald hier steht 0 3 0 du hast gar keine ahnung was für die zu machen offenbach wenn dann schon also ich habe mir diese mensch ein bisschen anders vorgestellt ich dachte ich habe vielleicht eine chance ja meine leute sind halt ich küsse deren herzen guck mal die liken die machen das ich küsse den herzen jawohl redon dankeschön dankeschön jeder schreibt ich wollte sogar heute morgen vorbeikommen weißt du war ja warum ist ich komm ich hatte nämlich neben dran genau dem krantzahnarztermin genau in dem 3 dr dämme ich wollte sagen du bist bei dr martin nee dr dämme der ist auch wie der ist hier im kiosk wo leben dran wo genau neben kann neber dings neber kasino ja das aber auch ein dr ding an der martin der sauzahnarzt ja warte mal kurz mal hier macht hier faxen die macht hier wer macht faxen ja männer alle wie verdienen wir hier alle hallo also ich mache herzen für mein kind jetzt hast du noch verstärkung mit deiner mama geholt jetzt jetzt habe ich gar keine chance mehr unglaublich ja offenbach neusie natürlich was passiert warum hast du zu hause du hast nichts bekommen gar nichts sagen wir wegen lakia die ist drin natürlich wenn die drin ist bei müller geldiger ja natürlich die arbeit die ist jetzt parfüm spezialist geworden ich habe meine mutter die ganze zeit die so gab es doch das dinge hier wo ist der 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 massagen dinge da die 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 Ey, guck mal, Maho ist bei mir. Erwa, Maho ist, geht ab alle. Wie, der ist bei dir? Hat er mich jetzt verraten, der Gött? Oh mein Gott, jetzt gibt's Krieg. Oh mein Gott. Olym, du sollst auf meiner Seite bleiben. Was machst du bei Nadia, Marek? Er sagt, folg mir zurück. Komm, ich folge dir, weil du es bist, zurück. Okay, tamam? Maho, man. Wo bist du gerade hin? Er bleibt bei mir, weil wir ficken jetzt diese Match. Wart mal. Pau! Servus. Ewa, Maho, Habibi. Servus. CE, Bruder, Zufallsknaller. Ich küsse deinen Herz meinem Bruder. Ich küsse deinen Herz meinem Bruder. Schick mir mal. Alle tippen, alle tippen, alle tippen. Ich sag nicht umsonst, du gibst mir keine Chance. Du weißt doch, Nadia, ich mag dich sehr. Ich geb dir auch gerne Revanche, natürlich. Der Bra hilft mir, CE. Hey, ich küsse dein Herz, Bro. Ja, safe. Ey, nein, du hast gewonnen. Nein, 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 nein. Ich bin einfach Loser. Nein. Ach, komm, ich geb dir eine Revanche. Egal, ich küsse eure Herzen. Egal, wer gespendet hat und so. Spenden. Man denkt schwer. Guck mal, Alicia schreibt, geh ran. Ja, die lebt. Das kommt von alleine, ne? Hey, Nadia, mach mal dein neues Lied an. Rapp mal ein bisschen. Mach mal Promotion. Pack dich so. Bresch die Nase. Geh mal weg mit deinem billigen Nase. Bresch an. Pack den Stoff ein. Ja. Bresch deine Nase. Mach dich ab mit deinem billigen Hase. Komm vorbei mein Zuhause, die Straße. Der lässt sich suchen, nur 6,9, also zahle. Ich muss Kies machen. Für Louisville-Taschen. Deswegen check ich dir die besten Peace-Platten. Hau dich von der Skyline in Main rein. Flasche Lachgas. Ich will nur Halt sein. Hast du die Nummer? Ist das noch die richtige? Alicia 1,9. Nein. Ey, Leute, bleibt mal alle drin. Ich muss kurz meine Mutter eine Nummer schicken. Ja, jawohl. Das ist auch ein Film mit einem Match. Geht die mal kurz weg. Jawohl, kann man auch mal machen. Say, Bruder, danke schön. In der Zeit holen wir die alte Oma ein hier. Willkommen im Stadtderby Bad Kreuzbach. King Kahn gegen Andi Offenbach. Es steht 1,0 für King Kahn. Natürlich wollen wir das. Ey, was hat der Sherby gerade hier? Was ist der Mann? Natürlich habe ich hier nur. Dankeschön. Für die Rose, wer ist das denn? Nein, warte mal kurz. Emily, danke schön. Sehr nett von dir. Danke für die Rose. Hast du angerufen? Sehr nett, danke. Nick, ruf die normal an, nicht bei WhatsApp. Normal anrufe. Ja, weil die nicht dran geht. Das ist eine Abgehobene. Alicia, wenn du hier drin bist, auf jeden Fall, du bist sehr Abgehobene. Wer? Alicia. Achso, ich dachte schon ich. Nein, du auch. Ey, Nick, wann kommt es? Weiß ich nicht. In Chala, bald. In Chala, was macht Pumping-Abi, Alter? Was für ein Thema hier, dein Abi. Frag den mal, vielleicht ist er hier drin. Du trinke Wasser, ja, ich trinke Wasser. Warte mal jetzt aufzusaufen, bitte. Bitte schön, meine Hand. Der Bick doch, du den Bickst. Oh, yeah. Alicia. Ja? Ich bin gerade live, deswegen. Ach so, ja. Ich gehe schon wieder dran, höre nur noch Code. Ich so, Marlene, hä? Was ist Code? Ja, immer so. Ey. Ja, das ist meine Mailbox. Warte mal, ich kann alles tippen. Wo bist du? Ich bin in Kreuz. Wo? Ich bin in Justin. Ich bin in Justin. Ich bin in Justin. Wo muss ich treffen? Ich bin in Justin. Ich bin in Justin. Ich bin in Justin. Ich bin in Justin. Du bist Top-Spotterin Nr. 3, gibst dir einen Follower von mir. Was soll ich machen? Ist mir scheißegal. Du bist immer noch. Ja, warte, meine Mutter will mich auch so sagen, ja? Was telefonierst du denn? Ja, wir müssen wieder haben. Sag mal. Hi, Alicia. Hallo, Tammy. Was machst du denn? Ich bin in Justin. Ja, die Marlene feiert ihren Führerschein hier ganz alleine. Ja, das ist voll schön, dass sie ihren Führerschein jetzt hat. Ja, noch nicht ganz. Das ist ja erstmal die Theorie, aber das ist das. X20! Ja, das ist das Wichtigste. Ja, wann kommst du dann nicht her? Dann komm doch hierher. Grüß mal Maxim, Bruder. Max, sag ich, grüß, Bruder. Ja, kannst du auch machen, ne? Führung. Marlene hat extra Aufruf, das ist super sauber. Oh. So. Ah ja, dann überlege ich. Ey, hab ja, grüß. Alter, kann ich ja hier mal bitte mal sagen. Ewa, ich grüß euch alle. Ich küsse Rätsen, Ewa. Ja, okay, mach ich. Ey, komm vorbei, heute noch. Ja, Ali, ja, bis dahin. Ja, bis dahin, tschüss. Tja, Alicia. Hast du gesehen, dieses Buch? Das Buch? Hast du gesehen? Ich hab ein Buch mit der, wo wir so kleine Kinder waren noch. Spitze. Wunderbar. Spitz mit langen Freundschaft. Ja, ja, besser, ja, Alicia, Nadja. Ey, wir müssen eigentlich eine, um eine Bestrafung spielen. Ja, genau. Dann kannst du deinen Arsch hinhalten und ich meine Augenbrauen, okay? Mann, Siktirgit, wir spielen in... Siktirgit, wie redest du? Ja, wie redest du, Amona, im Arsch hinhalten? Ich schalte dir gleich was anderes dahin, Amona. Ja, unnötig sowas. Ding, wir spielen um Bestrafung in der Stadt. Ja, okay, was sagen wir, was machen wir? Einmal Fußballtrainer bei den Kindern. Was sagt die? Einmal Fußballtraining. Ja, okay, Mann. Elfbete schießen gegen ein Kind. Nein, ihr sollt einen Tag die Kinder trainieren. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich bin ein Mensch, der arbeitet das... Eine Strafe, hallo? Strafe soll das sein? Ja, das ist ein bisschen zu hart. Ich brauch die Zimmer, gell? Du, Mann. Was denkst du, wie frech die sind? Ey, Leute, ich kann doch nicht verlieren. Er bau! Und wieder der Sieg jetzt. Nein, guck mal, du hast mich einfach ge... Ja, Mann? Ja, ich hab dich einfach... Punkt, 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 Punkt. 2-0. Ich verwende es auf, du Al...